Er ist mit seinen Touren eine Faszination. In diesem Alter ist das eine krasse Demonstration. Er bekommt Respekt vor seinem Klassenfeind. Seine Leistung ist das, was alle eint. Das macht er nebenbei mit seinem Riesentalent. Mit 16 Jahren reif für das Dokument. Was ein Deal, Astronom ist ein Preis. Die Vorfreude auf ihn macht jeden heiß. Ausnahmezustand. Stand back and stand by. Ein Rohdiamant. Schaut auf den Tweet. Ist es wahr, ist es wahr, ist das wirklich ein Saal? Es ist klar, es ist klar, dass jeder hier staunt. Scheiß drauf, heiß drauf. Sein Name war ein paar Sachen. Er heißt Muuuh, Koko. Er hat viel gelernt um anzukommen. Musste mal weiter treffen. Fühlt sich eingeengt von allen. Er verlangt dafür aber kein Verständnis. Gibt's am Bestes keine Städte in der Frage. Seine Zeit, die läuft jetzt und der will den nicht mehr warten. Nee. Er ist klein, er ist klein. Tritt dafür einen Heiligenschein. Er sagt nein, er sagt nein zum Aproponis sein. Sowas ist rar, das ist klar. Messies Geschenk gefällt ihm. Er heißt Muuuh, Koko. Wie gefällt dir der Song von den Zubehörern? Es klafft der erste Song bei YouTube überhaupt. Wie gefällt er dir? Also ich schon... Also ich freu mich riesig. Aber? Aber das muss nicht so sofort sein. Ah doch, ich denke schon. Was meint der Trainer dazu? Sehr effizient und ja, es ist schön, dass du siehst. Es macht Spaß. Also, am Bestes na pa niyan.